Hallo liebe Freundinnen und Freunde der elektronischen Musik, Björn Thorwelln hier aus den Science Studios. Ja und ich habe in den letzten Tagen mein Studio einfach mal wieder neu verkabelt. Ich weiß nicht, alle Jahre wieder und diesmal ist es perfekt, wirklich. Das denke ich mir ja irgendwie jedes Mal. Ich habe es noch simpler gemacht, noch einfacher und ich glaube, dass man mit seinen Erfahrungen auch wächst und sich das Studio den eigenen Erfahrungen anpassen muss. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie oft ihr euer Gear eigentlich neu verkabelt und umstellt und ob das für euch irgendwann auch mal ein Ende hat. Aber in diesem Video soll es gar nicht um Studioverkabelung gehen, sondern um meine Kick Bass Processing Chain. Ja, ich habe mir angewöhnt, dass Kick und Bass immer zusammen in einen Bus läuft. Wenn ich analog abmische, funktioniert das ganz genauso. Da nehme ich meine Baseline, meine Rumbles, meine Kick Layer aufs Pult und route die dann auf einen Bus und an dem Bus liegt dann meistens irgendwas an Hardware. Aktuell nehme ich da ganz gerne den Overstair Modular Channel oder auch sehr, sehr gut die Elysia Sachen, die ich gerade zum Testen hier habe und ich bin aktuell wirklich sehr, sehr, sehr begeistert von den Elysia Sachen. Checkt es auf jeden Fall mal aus. Wer ein bisschen geile Hardware braucht, Elysia. Vor allem die Cube Reihe, total praktisch im Studio, wenn man nicht unbedingt eine 500er Box hat. Aber wie mache ich das Ganze in the Box? Weil mal arbeite ich analog, mal in the Box. Das liegt immer so ein bisschen auch an dem jeweiligen Setting. Und im Prinzip funktioniert das ähnlich, aber man hat natürlich in the Box viel mehr Möglichkeiten durch Plugins, durch Doppelnutzung. Also diese Chain analog nachzubauen, wäre sehr, 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 sehr teuer. Und ich weiß gar nicht, ob das so funktionieren würde, ob man die Tools alle so kriegen würde. Ja, und ich möchte euch so ein bisschen das Konzept näher bringen. Also das sind jetzt keine Plugin-Empfehlungen. Ja, ich kann euch sagen, welche Plugins ich nutze, aber es gibt so viele verschiedene Equalizer, Saturation, Transient Tools da draußen. Findet eure eigenen Tools, mit denen ihr euch wohlfühlt. Und besorgt euch mal zwei, drei unterschiedliche Tools, also gleiche Tools, aber von einem unterschiedlichen Hersteller. Vergleicht die miteinander, guckt einfach, was das Beste für euch ist. Und bei mir spielt auch immer so der Faktor Optik eine Rolle und auch Workflow. Ja, ich mag, wenn Tools einfach und simpel sind und gut zu bedienen sind. Ja, sondern es geht eher um das Konzept, also in welcher Reihenfolge ich meine Tools anwende und wofür sie am Ende da sind, also was ich da mache. All das mache ich nicht immer auf jeder meiner Kick-Bass-Chains. Manchmal mache ich mehr, manchmal mache ich weniger. Das ist nicht so ein An- und Aus-Ding, sondern man muss immer schauen oder hören, was braucht mein Kick und Bass gerade, damit es schön zusammengluht. Und genau das ist immer mein Ziel, dass diese ganzen einzelnen Elemente am Ende wirklich wie eine Einheit klingen. Und dass der Hörer gar nicht mehr merkt, dass das zwei, drei verschiedene Kicks sind und Rumbles, sondern es ist wirklich wie ein zusammengegossenes Stück Kick-Basswurst ist. Und wie ich da vorgehe, das werde ich euch jetzt erklären. Zunächst hören wir aber mal in die ganze Geschichte rein, einmal ohne und einmal mit. Das ist die ganze Chain ohne. Und jetzt mit. Natürlich ist das nicht die oberkrasse Veränderung, wenn ich auf den Knopf drücke und alles ist anders. Das soll es ja auch nicht sein, denn die Arbeit beginnt ja schon hier in diesem Baukasten. Diese Kick-Basswurst, so nenne ich sie immer, besteht aus vier Teilen. Und Achtung, das ist eine Methode, wie man sowas bauen kann. Ich habe auch Tracks, wo ich echte Basslines benutze, die dann auch teilweise in Stereo gehen. Da funktioniert das Processing ähnlich, man muss aber auf andere Sachen achten. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr auch wissen wollt, wie man echte Basslines mit Kick abmischt. Und nicht nur diese atonalen, schwarze Masse-Rumbles. Das Ganze besteht einmal aus der Main-Kick. Da habe ich mir angewöhnt, das immer hier als Audio zu machen und den Fade zu setzen, weil ich dann eben diesen Rumble genau exakt darunter setze. Der Rumble ist einfach eine Noise-Drone aus dem Pack Essential Noises auf SIGN.de. Dann habe ich noch einen kleinen Transient hinzugefügt. Das ist der Transient. Und eben für den Groove so ein paar Rumble-Kicks. Und alles zusammen. Und jetzt zeige ich euch, wie das Processing funktioniert. Also, was ich als allererstes mache, ist die ganze Geschichte Bass-Mono. Da nehme ich nicht das Utility, sondern ich habe hier den EQ-Aid von Ableton, nehme mir den MS-Mode, schalte auf die Saiten und cutte mir die Saiten weg. Ich bin nicht der Fan davon, das schon erst bei 200 herzuschneiden. Ich finde, diesen ganzen Seitenanteil, den brauche ich irgendwie nicht. Weil mein Track hat hinterher durch andere Elemente hier Seitenanteile. Und deswegen sorge ich eigentlich dafür, dass meine Kick-Bass-Kette, wenn sie nicht eine echte Baseline hat, die stereo sein soll im Midrange-Bereich, dass ich das Ganze ziemlich Mono mache. Das mache ich immer hier mit. Das ist so der allererste Schritt. Dann kommt als nächster Schritt ein EQ. Und da mache ich eher so Surgical-Sachen. Also wirklich so ein paar Resonanzen rausziehen. Weil in der nächsten Stufe geht es so ein bisschen um Coloring. Und wenn man Resonanzen in Distortion, in Saturation schickt, werden die Resonanzen unschön verstärkt und streuen auch noch deutlich weiter. Und deswegen ziehe ich Resonanzen immer erst raus, bevor ich in die Saturation gehe, weil ich eben nicht möchte, dass die Resonanzen so sehr durch die Saturation dann streuen. Und das ist jetzt einfach hier eine Mix-Entscheidung gewesen. Ja, man kann sich die Resonanz gerne mal anhören hier. Das ist einmal die. Und einmal die. Ja, die habe ich eben rausgezogen. Hier noch so einen kleinen Dip gemacht. Da kann ich natürlich auch empfehlen, nicht zu krass zu arbeiten. Wenn hier hinterher die Schweizer Alpen drin sind, das ist nicht gut für das Signal. Das macht das Signal irgendwann ziemlich dünn. Sondern ich schaue wirklich nur, sind da irgendwelche Resonanzen drin, die mich stören. Und meistens finde ich hier in diesem Midrange-Bereich was. Und dann auch nochmal darüber, was vor allem sich dann auswirkt, wenn ich die Kick und Bass rausfilter. Im Track, wenn ich den Bass rausnehme und ich hier so ein hässliches Kuck, Kuck, Kuck habe. Dann stört mich das immer. Deswegen ziehe ich ganz oft hier in dem Bereich auch was raus. Außerdem habe ich hier schon den ersten Low-Cut. Aber der sitzt irgendwo bei 30, 25, zwischen 30 und 25 Hertz. Sehr, sehr schmalbandig. Schmalbandig, nicht sehr, sehr schmalbandig, mit einer relativ flachen Flanke. Hier unten mit so 48 dB Flanken vorzugehen, finde ich immer ein bisschen schwierig. Das macht euch hier den Druck öfters mal kaputt. Dann kommen wir jetzt zur Saturation. Da nutze ich gerne aktuell ein Tool. Das ist hier der P44 Magnum von Pulsar Modular. Und der macht nichts anderes wie Transformer nachzubauen. Also nicht die Transformer aus dem Film, sondern Transformer sind elektronische Bauteile, die früher in Mischpulten verbaut worden sind. Und die haben einen ganz bestimmten Charakter. Und ich mag diesen Charakter gerade für Kick und Bass. Und da ich so ein bisschen versuche, meine Analog-Chain nachzubauen, habe ich einfach am Anfang, als würde ich in so ein Pult reingehen, diesen Transformer, der bringt so ein bisschen Saturation, der bringt so ein bisschen Pegel, der gluht das aber auch alles schon so ein wenig zusammen, verändert den Transienten. Wir können ja mal reinhören. Sehr, sehr nices Tool, um einfach schon mal so ein bisschen Pegel zu bringen, so ein bisschen Saturation. Dann arbeite ich aktuell sehr gerne mit dem RAW, hier in dem Multi-Band-Mode. Und habe hier das untere Band-Tube, habe ich aber dann am Ende doch nicht dazu gemischt. Ich habe hier das Mittenband mit dem Shaper Soft und oben dann die Tube, wirklich nur leicht dazu gemischt. Und viel, viel interessanter ist hier das Feature im RAW, dass wir den Envelope-Follower nutzen können. Und wir haben hier als Filter diesen Peak-Mode. Peak ist im Prinzip ein Filter wie ein einfacher Bell-Filter. Und schaut mal, was passiert, wenn ich den jetzt aktiviere. Dann sehen wir hier, wie hier mit dem Envelope-Follower der Bass immer so ein bisschen gepumpt wird. Und gleichzeitig werden hier so ein paar Frequenzen rausgenommen, die ich persönlich als zu heftig empfand, was den Transient anging. Wir können den mal ausmachen, den RAW. Auch das geloot das wieder zusammen, weil Transient und Kick die ganze Zeit so ein bisschen sich mitverformen. So könnte man das ausdrücken. Sehr, sehr nice Feature im RAW, dieser Envelope-Follower. Und diesen Envelope-Follower dann einfach hier auf die entsprechende Frequenz gemappt und den Filter auf Peak gestellt. Dann hat man so einen dynamischen EQ. Dann kommt als nächstes mein nächster, also den EQ. Da arbeite ich auch sehr gerne aktuell mit, mit dem Vice-EQ von Softube. Ein sehr, sehr guter EQ. Und hier nehme ich nochmal ein bisschen den Bass raus. Ich mache das aber mit einem Shelf und nicht mit einem Cut. Und da hätte ich mir das hier auch sparen können. Der war jetzt hier einfach schon mit drin. Oft mache ich erst hier das Low-Band raus. Es kommt nämlich auch echt darauf an, wie viel Bass man in den Magnum reinschiebt. Teilweise hat das auch noch eine Veränderung. Deswegen ganz oft spare ich mir das hier und nehme mir erst hier den Bass raus. Dann habe ich hier noch eine kleine Anhebung und so wirklich ein bisschen das Signal gesculptet. Vor allem hier wieder diese unteren Mitten, die ich gerade, wenn man so mit Rumbles arbeitet, sehr, 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 sehr schwierig empfinde. Da muss man darauf achten, dass die nicht so oberbetont sind. Auch der bringt das einfach alles noch mehr zusammen, räumt das Signal so ein bisschen auf. Dann kommen wir zu dem ersten dynamischen Teil. Also das ist jetzt quasi so das Sculpting, wo wir dem Ganzen eine Farbe geben und das Signal so ein bisschen aufbereiten durch EQs. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist die Dynamik. Also am Anfang arbeite ich immer mit Saturation. Da könnt ihr alle möglichen Saturation-Tools ausprobieren. Ich nehme immer welche, die etwas subtiler sind. Wenn man jetzt sehr, sehr krasse Distortion drauf macht, dann geht natürlich auch der gesamte Anfangs-Vibe irgendwo verloren. Und man geht schnell in so eine Richtung von Hard-Techno. Also ich mag das, wenn Kick und Bass schon auch nah an Distorted sind, aber nicht zu krass. Also es darf jetzt nicht so Gabber-mäßig klingen. Das ist nicht mein persönliches Ding. Kann man aber auch machen, indem man da am Anfang eben ein stärkeres Distortion-Tool nutzt. Achtet bei diesen Distortion-Tools, Saturation-Tools immer darauf, was mit dem Bass passiert. Ganz viele von diesen Tools nehmen nämlich Bass weg. Ja, und dann habt ihr zwar ein verzerrtes Signal, das klingt dann schön aggressiv, aber euch geht der Druck verloren. Und das habe ich hier mit diesem Magnum und mit dem Raw eben nicht durch diese Multiband-Funktion. Der Saturn von Fab-Filter kann das zum Beispiel auch ganz gut. Also das sind so Sachen, wo ihr darauf achten solltet. Im nächsten Schritt fange ich dann an, das Signal in der Dynamik zu bearbeiten. Und da nehme ich immer dieses Preset von Ableton, den Bass-Low-Extender. Ja, der drückt das einfach nochmal ein bisschen zusammen. Ganz wichtig hier bei allen möglichen dynamischen Spielereien, auch hier mit einem Sidechain-EQ zu arbeiten. Weil sonst geht euch auch Bassflöten. Also ganz viele Kompressoren nehmen euch den Druck einfach weg. Das ist einfach, das liegt in der Natur der Sache und deswegen immer mit Kompressoren im Kick-Bass-Bereich arbeiten, die diese Sidechain-Frequenz haben, wo man sagt, der Bass wird nicht beeinträchtigt. Dann komme ich immer noch zu einem Transient-Design. Da nehme ich aktuell ganz gerne hier von Slate dieses Virtual Mix Rack. Und da habe ich auch nochmal ein bisschen Drive reingeschmissen, ein bisschen Transient. Und hier nochmal eine kleine Anhebung bei 50 Hertz und eine kleine Anhebung bei 600 Hertz. Das war einfach nochmal so ein Gefühl. Hier der Transient. Ist natürlich zu heftig. Eine kleine Veränderung. Das war tatsächlich später im Mix. Weil das ist auch ganz wichtig, dass man so Kick-Bass-Sachen natürlich immer im Kontext zu dem restlichen Track abmischt und nicht komplett alleine. Also, dass mir hinterher Transient fehlte, habe ich erst im Gesamt-Mix gemerkt. Und da kamen dann noch diese Mix-Entscheidungen dazu. Was ich auch ganz gerne nutze, aber auch nicht immer, ist, wenn ich das Gefühl habe, dass es immer noch in diesen unteren Mitten zu dröhnig ist. Das verschließt für mich immer den Mix. Wenn man da zu viel Inhalt hat, ich mag das eher aufgeräumt da, da nehme ich ganz gerne den Soothe. Und der schmeißt mir hier genau bei dieser Frequenz zwischen 125 und 250 nochmal was raus. Aber das mache ich nicht immer. Das kommt immer darauf an, was ich an Content da habe. Hier hat es mir auf jeden Fall weitergeholfen. Auch ganz oft Entscheidungen, die ich erst spät im Gesamt-Mix treffe. Ja, und dann kommt am Ende nochmal ein EQ. Ey, und da sage ich euch, EQs kosten nichts als Plugin. Wenn ich das Gefühl habe, mir fehlt hier irgendwie noch was und ich muss noch mehr rausziehen, dann tue ich das nicht unbedingt in dem ersten EQ, sondern schmeiße ich hinten noch was rein. Weil durch all diese Dinge, die ich hier gemacht habe, durch den Kompressor und so, entstehen ja vielleicht auch neue Frequenzprobleme. Und die habe ich hier ganz am Ende gefixt. Einfach nochmal eine Bassanhebung bei 50 Hertz und hinten nochmal was abgesenkt um 3 dB. Aber das sind wirklich kleine Veränderungen noch. Die machen aber hier viel ausfindig. Dann kommt der Clipper. Und da habe ich jetzt einige Clipper ausprobiert. Ich mag den Brainworks Clipper wirklich sehr gerne. Der klingt relativ lange sauber, ohne zu verzerren. Man muss ihn natürlich vorsichtig einstellen. Hier minus 6 dB im Clipper ist natürlich ein bisschen zu krass. Was macht der Clipper? Der schneidet so ein bisschen die Spitzen ab. Da gibt es immer die Diskussion, nehme ich einen Clipper vor dem Limiter oder danach? Ich nehme ihn immer vor dem Limiter. Manchmal nehme ich ihn dann nicht immer. Manchmal nehme ich ihn vor dem Limiter, manchmal nach dem Limiter. Hier habe ich ihn jetzt vor dem Limiter. Und der drückt das Signal einfach nochmal zusammen. Ich kann ja mal hier Ceiling runterdrehen, dann hört ihr relativ schnell, wann er zerrt. Das ist dann nicht mehr schön. Also bekomme ich einfach nochmal ein bisschen mehr Pegel. Und dann habe ich hier diesen Limiter. Danke an Tobi Schwarz, diese Empfehlung. Wirklich nicer Limiter. Wir haben hier einmal die LUFS, die wir sehen können. Und das Beste ist, wir können uns die Differenz anhören. Also das anhören, was der Limiter eigentlich macht. Und wenn ich jetzt mal noch härter in den Limiter fahre. Dann hört man, wie er den Druck rausnimmt. Das ist der komplette Druck, den er gerade wegnimmt. Auch hier geht es mir nur um die Pegelspitzen, um nochmal 0,51 dB gut zu machen, damit man es hinterher schön laut machen kann. Dann sieht man hier auch wunderbar, minus 9,5 LUFS. Ja, und dann habe ich immer hinten noch den Insight. Der zeigt mir dann, wie viel LUFS wir hier haben. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn meine Kick-Bass-Wurst bei einer vernünftigen Aussteuerung, also jetzt nicht bei minus 12 dB oder so, sondern bei einer vernünftigen Aussteuerung, deswegen habe ich hier hinten den Utility und mache leiser hinter dem Insight, damit ich wirklich weiß, was habe ich hier an Pegel. Und wenn ich bei voller Aussteuerung meinen Kick-Bass für so einen Techno-Track bei minus 16, minus 18 LUFS habe, dann weiß ich, dann ist das noch nicht das passende Fundament. Das Fundament von meinen Techno-Tracks muss immer sehr, sehr dicht sein, damit der Rest gut drauf stehen kann. Und minus 16, minus 17 LUFS ist noch nicht dicht genug, noch nicht laut genug, ist das richtige Wort. Und deswegen checke ich das auch immer nochmal, um dann nicht hinterher in bösen Überraschungen zu laufen. Weil wenn ich einen Track habe, wo Kick und Bust noch zu leise sind, noch nicht durchsetzungsfähig, dann bekomme ich im gesamten Track irgendwie Probleme. Genau, und das ist dann im Prinzip meine Kick-Bass-Chain. Und wenn wir jetzt mal alles andere dazu machen, dann merkt man vielleicht auch nochmal, wie sehr das auch den Mix beeinflusst. Ja, staucht es einfach wunderbar. zusammen und bringt ein vernünftiges Fundament. Natürlich muss man immer wieder andere Entscheidungen treffen, weil jede Kick-Bass-Wurst ist anders, jede Kick ist anders, man hat andere Grooves und Grooves bedeuten auch andere Kompressoreinstellungen. Deswegen versteht das nicht als Formel, sondern nur als Idee, als Konzept. Und das Konzept ist so, am Anfang das Signal sauber zu machen und zu färben und einen Filter aufzulegen. Durch diese Färbung bekommt das Signal so einen gleichen Vibe. Das ist wie so ein Color Grading auf euer Audiosignal. Dann die Dynamik zu bearbeiten, weiter zu gucken, wo sind eventuell Frequenzen, die stören. Und ihr habt gemerkt, ich nehme mehr raus, wie ich reindrehe. Und am Ende geht es dann nochmal um Lautheit durch den Clipper und den Limiter. Und laut könnt ihr immer dann machen, wenn euer Signal relativ clean ist. Habt ihr in eurem Signal zu krasse Transients, zu krasse Resonanzen, zu viel Content in den unteren Mitten, zu viel Sub-Bass, dann ist es auch nicht möglich, Kick und Bass richtig laut und druckvoll zu machen. Deswegen am Anfang aufräumen, am Anfang kleine Dynamikbearbeitungen machen, um dann am Ende auch wirklich das Maximale rausholen zu können. Das ist mein Konzept. Im Prinzip könnte man fast sagen, das ist eine Mastering-Chain. Und ja, das ist es auch. So könnte man auch einen Track mastern. Würde ich vielleicht auch nochmal ein bisschen anders vorgehen. Genau, ja. Ein paar Plug-in-Tipps, alles dabei. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video inspirieren und euch helfen, wie ihr dicke Kickbässe macht. Checkt sein.de, da gibt es den Ultimate Kickdrum Guide. Da erkläre ich wirklich ganz, ganz viel zum Thema Kickdrum. Oder meine Mixdown-Guides, wo es wirklich um Kompression, Equalizer, Stereotiefe gibt. Und wenn ihr keine Ahnung habt von Ableton, dann checkt meine Ableton-Guides. Oder super, super viele krasse Sample-Packs und Sound-Packs, die eure Produktion definitiv nach vorne bringen. Ja, folgt unseren Kanal, dann verpasst ihr nichts. Wir gehen hier ganz oft live, machen geile Track-Feedbacks mit coolen Gästen. Machen regelmäßig Production-Streams und bringen regelmäßig geile Videos für eure Musikproduktion raus. Vor allem, wenn es um elektronische Musik geht. Ja, mein Name ist Björn Torwellen, das sind Design Studios und bis bald. Ciao.